Halt, stopp! Was machen Sie da? Versuchen Sie da gerade etwas einzubrechen? Hier wird nicht eingebrochen. Ich weiß doch, dass Sie lügen. Ich bin ehrlich. Nein, Sie sind ein Einbrecher. Einbrecher. Ja, verdammt nochmal, ein böser Einbrecher. Ich bin nur ein kleiner Friesen-Jumme. Das können Sie dann dem Richter erzählen. Und ich wohne hinterm deinem. Schön für Sie, aber das gibt Ihnen trotzdem kein Recht in fremde Häuser einzubrechen. Ich weiß nicht, wo ich bin. Hören Sie auf mit diesen Spielchen, okay? Sie haben versucht, in den Weinkeller einzubrechen. Geben Sie es doch einfach zu. Mh, ich finde Wein lecker. Ja, aber deswegen können Sie doch jetzt nicht einfach so Wein klauen. Das klingt vielleicht komisch, aber eins solltest du wissen. Was? Was soll ich wissen? Motherfucker, ich küsse deine Sweater ab. Ja, das reicht jetzt. Run.